Eigentlich nicht ein anderes Farbigeruht, wenn man wieder der passend... Doch ich kann mir vorstellen, wenn ich das Reisen vor Lobhölfer war. Ich kann. Okay, dass wir eine Hauptaufgabe überhaben. Die Kartenkammer, da könnten wir auch mal wieder weitermachen. Ich muss Gegner finden. Mit beiden Pflanzen ausprobieren. Okay, geht's nicht lang. Ich wollte meinen... Nee, die... Die... Die violette rutet auf dem... ...violetten... ...violetten... ...hier... ...hier... Ich glaub' das lasse. machen ich warte ab wie es in der nächsten sequenz aussieht ich muss mich im schloss zurecht finden ich kann nicht überall schnell schnell reisen machen deswegen laufe ich lieber auch wenn es im stream und den aufnahmen wahrscheinlich verwackelt ist muss das schloss auch zu fuß gelaufen können wie das ist hier ist das glückshaus vielleicht auf diesem weg haben wir einen ausgang und dann finden wir doch irgendwo einen passenden route jetzt werden wir mal in die wildnis laufen und mal uns mit einer kreaturen anlegen vielleicht auch ein paar schwarze magie treffen okay geil wie das aussieht gut ich gucke ich glaube ich habe das glücktehaus also ich habe ich habe ich habe ich habe ich ich habe ich da Jetzt nicht auf die Tabulatorliste kommen. Test einer Arone gegen mehrere Gegner gleichzeitig. Oh, Kacke. Da haben wir noch Pliebner. Darf ich jemanden einkaufen? Wo waren noch mal meine Fallen? In Lower oder in Upper Hawk? Wehen? Bekommen! Du bist die Rotznase, die Treadback. Das hat viel Kappts. Und... Es ist eigentlich ziemlich schön. Ausgabe erledigt. Halt die Bingo! Nein! Die Krim ist schon bestanden. Samen gesammelt. Die Mondstände beruf ich für... Verwandlungen. Ah, ist hier noch jemand? Ich bin doch jemand erger. Es ist doch noch jemand. Nur noch jemand Stress. Perfekt! Ein bewegliches Ziel! Frick, Frick, Noptego! Die Lösse hat uns in erlattern! Insekten! Frick, Frick! Ein wilderer Weniger in unserer Welt. sehr schön in der herrung haben wir noch dabei können wir noch nutzen wenn wir sie brauchen und zum raum der wünsche wird gerade eine andere eingepflanzt eine zweite Kräuter-Kunde-Unterricht ok, da ist sie weg ich dachte ich setze mal die Besen ein war das nicht auf Tab? ja genau hier schön mal überhaupt kurz hinweg stehen wenn wir nicht drinnen landen können können wir davor landen ich weiß nicht ob wir hier einen Eingang finden aber hier werden wir um Um... Game-Breaking-Buck mal speichern nun ich hoffe es gab noch schnell speicherpunkt der ich habe ich habe keine ich habe nicht gespeichert ich kann nämlich nichts machen ich bin durch die map gefeuern das ist übel das hätte ich von diesem spiel echt nicht erwartet ja gibt es hier noch einen tod oder und ich bin wenigstens daran gedacht dass wenn man durch die map fällt dass man dann irgendwann mal stirbt oder oh scheiße ein save point damit war es mit das mit dem display von hugo's legacy wir haben ein save point hier an dieser stelle gesetzt fängt doch die hin das ist ein problem ich würde ich will das display nicht schon nach nach ein paar stunden beendet sehen wir haben noch so viel vor uns am dritten tag ich meine zur not ja das ist dann mache ich mache ich das noch mal wir haben jetzt nicht so viel doch wir haben schon einiges gemacht aber nichts was ich nicht noch mal machen könnte noch mal morgen noch mal dasselbe ich rechne damit dass das jetzt das da schlimmstenfalls haben wir jetzt den save point dass wir dort unter der map auftauchen das einzige spielstand den wir da haben können bestenfalls haben wir den letzten den spielstand vor dem bevor wir runter gefallen sind ok ich bin gespannt level 14 das heißt ich habe jetzt nicht auf die zeit geguckt ich müsste gleich nochmal im steam zu sehen sein 22 55 und das ist übel und schelte zählen von 22 55 könnte noch vor dir vor dem passiert sein wir haben da auch zwei drei minuten gewartet das ist um bitte nein bitte lass mich nicht den ganzen spielstand zerschossen haben das wäre übel das wäre richtig übel ich habe dann zwischendurch gesehen ich weiß nicht ob ich hier nicht safes gehen kann da bin ich auch kurz gefragt wie ich dann einen anderen spielstand da haben kann alle götter dieser welt okay wir sind noch nicht durch die welt durchgefahren danke alle götter dieser welt ich habe so gut wie nichts heute kunde am tag versuchen versuchen so gut wie nichts verloren das ist der optimalste fall aber eh game breaking back gefunden nein bitte spiel hör auf damit hör auf damit hör auf damit hör auf damit und hier haben wir mit dem fliegen gerade das spiel mit dem fast die ist gerade schon der karte ist gerade gestolpert die wäre gerade fast wieder durch die welt gestolpert sie können sich ja gar nicht vorstellen wie umständlich das reisen vor floh pulver war jetzt habe ich angst um meinen zählen stich stand ich hoffe das war eine einmalige geschichte und wir nehmen das jetzt nicht öfters zeitbeständigung auf die karte ist und öfters warten heute kommt der unterricht am tag besuchen hier bin ich ich habe mich gefragt woher sie kommen wie nett dass sie fragen also mal sehen was in london auf direkt an der themse und wo kommst du eigentlich her ich habe mit ein ich habe mit einem bauernhof krach wie schön all die sehenswürdigkeiten und der trubel der stadt für manche ich habe immer davon geträumt auf dem land zu leben erst in hogwarts fühlte ich mich wirklich zu hause allerdings hat es einige zeit gedauert und obwohl ich inständig hoffe dass sich hier jeder schüler am ende so zu hause fühlt wie ich ist es nicht immer der fall ich schätze das ergibt sinn jeder von uns blüht anders nicht wahr einige gedeihen im schatten wie die teufels schlinge während andere sich nach der aufmerksamkeit von springenden knollen sehnen und jeder von uns wächst und gedeiht auf seine eigene weise ich war furchtbar nervös als ich im schloss ankam wissen sie als kind wusste ich nämlich nichts über hexen und zauberer sie können sich sicher denken wie erstaunt ich war als ich meinen brief aus hogwarts erhielt in meinen ersten tagen hier verbrachte ich viel zeit allein im gewächshaus oder in der bibliothek ja es dauert eine weile bis man sich hier eingewöhnt hat ganz genau und ich hatte unglaublich viel glück tatsächlich nahm ich eine siebklässlerin in den ersten tagen unter ihre fittiche sie ist bis heute eine teure freundin was für ein glück allerdings die freundschaften die sie hier in hogwarts schließen werden sicher ein leben lang halten aber jetzt kümmere ich mich am besten um eine lieferung der magischen rübe mr t stell hat mir eine ganze auswahl an samen versprochen schön sie zu sehen ok ok man findet grundunterricht statt jetzt jetzt und 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 zum wie wunderbar dass wir uns wieder sehen Konzentration und eine schöne, anmutige Stabbewegung. Mal sehen, wie sie sich anstellen. Bei korrekter Ausführung sollten sie in der Lage sein, das Wunschchen und Wehren. Äh. Mir fände das gar nicht gut. Oh, oh. Lass das nicht, Herr Wiener sehen. Aber ich habe es geschafft. Der Schwebezauber Wingardium Leviosa kann Gegenstände schweben lassen und bewegen. Kontrolliere Positionen mit den Bewegungen und verwende hierzu F, V, W, Q, E. Warum? Das ist mein Hector. Ähm. F, V, Q und E. Äh, die liegen auch auf der Tastatur komplett an verschiedenen Seiten. Okay. Warum nicht wie ASD? Distanz und Rotation einzustellen. Sehr gut. Üben Sie ruhig weiter, Liga. Ähm. Wingardium Leviosa. Ich habe ein paar Kisten in den Nebenhäusern. Ein Naturtalent. Das können wir auch mit der Maus machen. Ist im Nebenhäusern schon zerstört. Wird auch Zeit, dass wir das lernen. Gut, dass hier dauerhaft, ähm, dass hier dauernd zwischenschensprechert wird. Deutlich passieren, dass hier können solche Backstuhl gegen gemacht werden. Aufträge. Wir haben heute so ziemlich das ignoriert hier. Die Hauptquest. Die Pulsung. Schaffe und teste einen Fokus-Trunk. Schaffe die Zaubertränke. Maximo. Okay, das machen wir. In einem anderen Stream. Oder wollen wir es heute noch machen? Wirst du da auch noch nichts mitkaufen? Ich denke doch. Dann gibt es da andere Wege. Oh, es gibt da andere Wege. Einen Trinkgeladen muss es hier doch geben. Okay, schnell reisen. Oha. Die laden bestimmte Bodentextum nicht. Ja. Ich hoffe, die laden noch nach. Es ist ja... Ich hoffe, es kommen jetzt nicht regelmäßig solche Probleme hier. Ah, ja. Auf das Spiel macht jetzt hier gerne... ...permanenten Aussetzer. Äh, wo war ich hin? Wir waren doch direkt dort schon. Wir sind doch direkt vor dem Laden gespawnt. Wir machen doch eigentlich keine unberechenbaren Sachen. Wir machen doch eigentlich Sachen, die durchaus... ...und die Besen von A nach B fliegen ist jetzt nicht so... ...so merkwürdig. Sollte in der Regel keinen... ...genbrechen Wacker zu... Willkommen. Lassen Sie mich einfach wissen, wenn ich helfen kann. Ähm... Was ist mit uns passiert? Ich bin ganz dreckig. Ich muss erstmal sauber werden. Wie kann ich heute behilflich sein? Wie waren die Sachen Fokustrank, soll ich gleich besorgen? Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Fokustrank... ...und die Zaubertränke... ...Maxima und Edurus. Maxima und Edurus. Wie kann ich heute behilflich sein? Ich hab kein Geld. Wieviel. Mach ich immer Trank. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Edurus. Und den Fokustrank setzt mein Jahr noch. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Okay, wir verkaufen alle Sachen, die wir nicht brauchen. Wie kann ich heute behilflich sein? Das sind aber teure Sachen. Die verkaufe ich ungern für Zauberträger, wenn du eine Seite willst. Eh du, Russ, der Fokustran kostet auch noch mal 500. Fokustran, das Rezept ist zu teuer. 800 brauchen wir dafür. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Maximal. Das müssen wir schon haben. Gut Rieger, Saft. Ob Ido war, müssen wir noch besorgen. Und Fokus. Wie kann ich heute behilflich sein? Wie du wusst. Fokus, da war um 800 für. Ach, da muss ich mein Herb und Gut verkaufen. Das kann doch eigentlich nicht sein, oder? Wir müssen auf anderem Weg eigentlich noch bekommen. Das würde ich gerne noch behalten. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Gunnar sei denn um Angst. Das müssen wir irgendwo anders herbekommen. Geld gibt es überall. Oh ja, wir haben 2 Talentpunkte. Da muss die Mendo wirken können. Das ist die Mendo. Das ist die Mendo. Und das ist die Mendo. Das ist die Mendo. Okay, die können wir auch gleich verkaufen. Wir tragen jetzt 60, bringt ja. Hereinspaziert, Heiltrinke sind unsere Spezialität, falls sie welche brauchen. Wie kann ich heute behilflich sein? Gründerseiten umhanden. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Wie wäre es, wenn Sie den Weiche-Zurück-Fluch erlernen würden? Flipendo, kommen Sie zu mir ins Gewächshaus, sobald Sie die nötigen Aufgaben erledigt haben. Ah ja, ich glaube, dass man den Zaub trinken muss reichen, muss warten. Ich gucke mal, ob es da noch einen anderen Weg für gibt. Ansonsten... Pflanz und Ende Fluss gerade beschaffen an den drei Kampfpflanzen. Zeitgleich. Ich gucke mal. 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 Und was sagt die komplette Lösung für? Ich gucke mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020